Yo Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Manche sagen mir, ich soll weniger spaßig sein. Sorry. Ihr habt sehr wahrscheinlich jetzt gerade schon im Titel gesehen, worum es geht. Und die meisten denken sich von euch jetzt sehr wahrscheinlich, Das macht der Täter. Ich muss tatsächlich dazu sagen, dass mir dieses Nachstellen oder sowas richtig viel Bock macht. Und deshalb mache ich das jetzt hier. Ihr hattet unter die letzte Folge ein paar Kommentare geschrieben, dass ihr das relativ gut fandet. Dankeschön. Es ist übrigens so kacken heiß hier. Scheiße, die Nachbarn. Fangen wir an mit dem ersten Clip. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das hier gerade in die falsche Richtung geht. Also das war ja schon gay. Okay Leute, das war jetzt erstmal so eine einfache Eiche. Ich habe die tatsächlich gar nicht sortiert. Weiter geht es jetzt hier. Nummer 2. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Let's go. Ich weiß nicht, beim Aufnehmen dieser Dinger, das ist einfach witzig. Das macht Spaß. Man will ja wirklich so besser sein. Weidermachen hier. Wie geht es denn weiter? Oh, zwei Spastis. Alter, ich bin so am schwitzen, Alter. Okay, nicht lange ausruhen. Weiter geht es mit dem nächsten Musical.ly. Okay, du kannst ein Magic Trick machen. Easy. Jetzt, du siehst du? Jetzt, ja. Das ist zur Hölle. Davon mache ich jetzt einfach mal eine eigene Version. Viel Spaß. Schau, schau. Na, wie du da? Ich könnte das gut, oder? Can you do a magic trick? Easy. Now you see it? Now you don't. Alter, sieht das scheiße aus. Na Leute, ich kann zaubern. Das wusste doch nicht, ne? Halt die Fresse jetzt, Stefan Grek. Okay. Also ich muss ja tatsächlich sagen, ich kann mich hier gerade nicht konzentrieren. Alter, scheiße, ist die geil. Das kann ich auch ehrlich gesagt verstehen, wenn man dann erfolgreich ist auf Musical.ly, ne? Aber, ja, wisst du ja selber, ne? Spaß, Warte. Sieht man eigentlich schon meinen Schweiß? Aber ich sage ja immer, lieber Schweißperlen, als gar keinen Schmuck. Nerv nicht. Danke. Weiter geht's. Mit dem nächsten Clip. Lieber, hab ich ja schon hinbekommen. Leute, bald kommt ein Cover von mir raus. Fragt mal Vincent Lee nach dem Dagiwi-Song. Viele wissen ja gar nicht, dass ich es nicht singen kann, ne? Weiter geht's. Achso, meine Version filmen ab. Die, I will always love food. Das tue ich tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, ob Lisa und Lena sich solche Videos angucken von anderen YouTubern, weil die ja quasi überall jetzt gerade im Internet dabei sind. Wo wir gerade von denen sprechen, natürlich auch wieder ein Clip von den beiden. Das war auf jeden Fall noch easy gehalten. But baby running after you is like chasing the clouds. Kommen wir nun zum allerletzten Musical.ly. Alles klar. You have a new message. Nice pass, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch natürlich auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr diesen Kanal natürlich abonnieren. Und ich wünsche euch da draußen noch einen wunderschönen Tag. Ihr habt euch sehr wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit gefragt, warum diese Schranktür da nicht ganz zu ist, oder? Ich stehe nämlich die ganze Zeit so hier. Voll für den Arsch, oder? Ciao!